Ja hallo, Waifus und Haas, Bernos de Miesomanga, ich grüße euch und ja, ich möchte euch nur ganz kurz versagen und zwar, ich kann manchen Leuten nicht antworten unter meinen Kommentaren, das liegt wohl an YouTube und an Google Plus, das heißt, solltet ihr kein Google Plus Account haben, weil damit läuft ja mittlerweile YouTube, auch wenn Google Plus der letzte Käse ist, trotzdem hat man sich ja wohl oder übel diesen Account machen müssen oder man hat es zumindest getan. Manche sind noch davon gekommen, das Problem ist aber, wenn diese Leute mir irgendwas schreiben in den Kommentaren oder so, kann ich ihnen nicht antworten, das geht nicht, ich kann sie weder markieren, noch kann ich irgendwie auf Antworten drücken, das haben die nicht, bei denen ist dieses Antworten einfach weg. Ergo, ich kann euch, wenn ihr euch davon angesprochen fühlt, nicht antworten und ich werde nicht jedem dementsprechend eine private Nachricht schreiben, das habe ich jetzt bei ein paar gemacht, aber ja, versucht einfach da entweder was zu ändern oder lasst es bleiben. Aber dann, wie gesagt, kann ich euch nicht antworten und das wird dann auch so bleiben, da werde ich jetzt nicht jedem eine private Nachricht schicken. Also, falls ihr das vielleicht ändern wollt, dann tut das doch und ansonsten, ja, kann ich euch auch nicht weiterhelfen, dann erwartet halt nur nicht, dass euch die Leute antworten, weil es geht einfach nicht. Es geht leider einfach nicht. Was schade ist, was dumm ist, weil es sich auch selber kacke findet, aber ich kann auch nichts dran machen, ich habe es nicht erfunden. Gut, das war es eigentlich. Bis dahin, euer René von der Meersohnmanga. Tau, bye bye.